Ich begrüße euch in meiner Traumdeutung. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Wir Menschen haben Träume. Oft haben diese Träume nichts zu sagen, sondern unser Gehirn verarbeitet die täglichen Eindrücke, während wir schlafen. Manchmal bekommen wir über Traumbilder wichtige Botschaften. Und diese Traumbilder entstanden von der Energie von Neptun und unser Mond vermittelt uns, reflektiert uns diese Träume. Wenn ihr solche Botschaften bekommt über Traumbilder, könnt ihr gerne mir schreiben. Unten befindet sich meine E-Mail-Adresse und es macht mir auch Freude, diese Träume zu deuten. Ist auch kostenlos. Also könnt ihr gerne schreiben und wir besprechen hier über die Video. Aber ich möchte das anonym behandeln und schreibe dazu ein Nickname. Und ich habe eine E-Mail erhalten. Hier wurde zwar kein Nickname gegeben, aber mir ist ganz spontan die Name Anna eingefallen. Und so würde ich jetzt ansprechen, also liebe Anna, also das ist mir dieser Name jetzt eingefallen, spreche ich dich so an. Vielen Dank, dass du mir diese E-Mail geschrieben hast und dieser Traum mir anvertrauen hast. Und ich lese diesen Traum vor. Es ist gar nicht dein Traum, sondern wurde dir dieser Traum auch erzählt. Aber wir versuchen diesen Traum zu analysieren. Also Annas Traum. Ich lese das vor. Ein Bekannter von mir träumte, dass er auf der Beerdigung meines Mannes war. Er könnte, obwohl er noch nie da war, detailliert den Friedhof beschreiben, auch das Wetter und es regnete und die Bäume waren grün. Er träumt selten und diesen Traum hat er sehr klar gesehen. Muss sagen, dass es meinem Mann im Moment auch nicht so gut geht. Und dann hast Anna auch dazu geschrieben, dass du auch solche Träume hast, dass dein Mann Herzinfarkt bekommt. Wenn wir diesen Traum anschauen, hier geht es um eine Beerdigung. Hier geht es um einen Todesfall und wurde sogar dein Mann beschrieben. Und du schreibst auch, dass es ihm nicht gut geht, dass er krank ist. Jetzt mal von diesem Traum sagen, dass es eintrifft und ein Todesfall kommt. Und das wäre unvernünftig. Und ich würde diesen Traum auch nicht so deuten, weil es so lange, bis dein Mann Lebenskraft hat und bleibt auch noch im Leben. Also dieser Traum ist mir weniger als Botschaft für diesen Todesfall, sondern diese ungewöhnliche Art und Weise, dass dieser Mann etwas detailliert beschreiben könnte, obwohl noch nie da war. Das, was mich angesprochen hat. Es ist nämlich so, und ich glaube daran, dass wir Menschen eine Seele haben und wir Erfahrungen machen auf die Erde und dass wir öfters auf die Erde diese Erfahrungen machen. Also ich glaube schon wieder gebohrt, weil das für mich erklärt vieles. Und dieser Mann hat diese Botschaft erhalten. Er könnte etwas beschreiben und es war diesmal die Friedhof, beschrieben, obwohl er noch nie da war. Sogar das Wetter beschrieben. Und das Wetter war genau so in dem Tag bei euch, wie er das geträumt hat. Das heißt, dieser Mann war irgendwann im früheren Leben in diesem Ort. Oder kann auch bedeuten, dass dieser Mann etwas wahrnimmt, dass er diese Wahrnehmung hat, dass er vielleicht telepathische Fähigkeiten hat. Oder etwas von der Vergangenheit oder in dem alten Karma erlebt hat. Und das ist für mich dieser Traum die Bestätigung dazu, dass dieser Mann diese Fähigkeit hat. Und er glaubt wahrscheinlich nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß ja auch nichts von ihm, außer dass er im Tierkreis einen Skorpion geboren ist. Das heißt, dieser Mann, vermute ich mal, glaubt daran gar nicht. Aber dieser Traum ist eine eindeutige Botschaft dazu, dass diese Fähigkeiten, was er hat, wahrnehmen kann. Und was dich betrifft und dein Mann betrifft oder deine Träume betrifft, um Krankheit oder etwas um dein Mann, das was passiert oder Herzinfarkt bekommt. Weil du davon Angst hast und weil dich das beschäftigt, weil du da Gedanken machst, weil ihm nicht gut geht. Also versuch mal trotz Krankheit, versuch mal im positiven Denken, dass er Lebenskraft hat, dass er die Möglichkeit hat, gesund zu werden oder in Heilung. Und versuch da nicht in diesem Traum jetzt festhalten und auf eins auf eins übersetzen, dass es wirklich ein Todesfall eintreffen sollte. Weil das wäre ein Fehler. Und dann gehst du in eine ganz, ganz andere Energie rein. Sondern versuch mal, diesen Traum so zu wahrnehmen, dass dieser Mann eine Botschaft erhalten hat, dass er diese Fähigkeiten hat. Er kann etwas beschreiben, obwohl er noch nie da war. Entweder, weil er schon im früheren Leben dort gewesen ist und kennt die Umgebung. Oder besitzt diese Fähigkeit, etwas wahrzunehmen, wo er energetisch verbunden ist oder telepathisch. Oder dass er an sich selbst etwas zu entdeckt, was natürlich durch Traumbilder vermittelt wurde. Weil ich vermute, dass er selber davon nichts hält oder dass er das gar nicht vertraut. Also jemand musste ihm das mitteilen und du könntest diese Bilder auch noch bestätigen, weil du kennst diese Umgebung. Du hast auch diese Wetterlage wahrgenommen. Also du gibst ihm die Bestätigung, dass er richtig liegt. Also so würde ich den Traum deuten. Und Anna, ich habe dich mal so angesprochen. Und Anna, vielen Dank für diese Anvertrauen und euch danke auch für das Zuschauen. Eure Dendera Eure Dendera Eure Dendera Eure Dendera Eure Dendera Eure Dendera